Ich mach mal einen Speichern. Ich hoffe zwar nicht, dass das Programm absturzgefährdet ist, aber sicherheitshalber machen wir einen Speichern. Gehen da rein und... Guck mal nur an, wir haben wieder... Das da. Ja, aber was können wir machen? Benutze die Schaufel mit dem Fisch. Können wir den da vertreiben? Nö. Benutze... Schwert geht auch nicht. Oh, das ist rückwärts. Nö. Ja, jetzt geht's los, dass ich nicht mehr genau weiß, wie es ging. Irgendwas war mit dem Hund. Das sieht nicht so gut aus. Los, was? Los, wie war das? Ich überlege und überlege und überlege. Oder war da was mit der... Don't mess with my rat. I said don't pester the rat. I'm not gonna warn you again. Leave the rat alone. Hey man. Frank, make him quit it. Äh. Oh, now look what you did. Ja. Das bringt mir gar nichts, aber war geil. Okay. Ah. Ja, die Frage ist bloß, was machen wir, was machen wir? Was machen wir? Wir haben eine Vase. Also, so viele Möglichkeiten haben wir ja gar nicht. Ich überlege immer noch, was man machen könnte. Ich glaube... Hm? Okay, so. Ähm. Wir müssen irgendwie diesen Troll beseitigen. Die blöde Frage ist bloß, was wir mit dem machen. Und den Troll als Troll? Ich glaube, das wird in Hand. Hm. Ah, mir fällt gerade wieder was ein. Konnte man nicht das Plakat entfernen? Aber was bringt mir das? Konnte man nicht... Öffne Benutzer mit Plakat. Nö. Okay. I can't pick that up. Gut. Ich mache eine kurze Pause, Leute. Ich bin in ungefähr fünf Minuten wieder für euch da. In der Hoffnung dessen, dass ich dann eine neue Idee habe. Und dann geht es sofort weiter mit The Secret of Monkey Island. Okay. Ich werde das nicht ... Meine Bitte ... Ja, gut. Hiç werden In- haven. Pohlen. Und dann geht'sgo ja ein... Ich werde nicht so needs ... bergelt ... We have time devised Es. Wir gehen nicht noch. 是的, wir sind jetzt hier. Wie haben wir uns diese Aus. Oder sino die Ehren und Ä winners. Wir haben die... Vielen Dank. 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 So, und weiter geht's mit dem Spielen. Natürlich einmal speichern. Okay. Und immer noch keine Idee weiter. Und schlauer. Und schlauer. Aber vielleicht kriegen wir es noch hin, dass mir irgendetwas einfällt. Die Frage ist, die Frage ist, die Frage ist, die Frage ist, die Frage ist bloß, was... Vielleicht habe ich mich auch einfach nur verbissen in der Idee. Okay. Und auf der Insel... Und auf der Insel konnten wir noch mal mit dem... Jep, soweit ist es klar. Äh, hinter dir eine Maus. Schade. Okay. Äh... Braucht er eine Vase? Das von wirklich wichtigen Dingen ablenkt? Wie zum Beispiel? Ähm... Braucht er das T-Shirt? Das ist ziemlich hilfreich, aber das ist nicht das, was ich will. Nein. Und das hatten wir vorhin schon probiert. Das ist ziemlich hilfreich, aber das ist nicht das, was ich will. Mit mehr Salz? Salz? Also ich habe als Vermutung... Wir gehen nochmal zur Insel. Oder gehen wir ins Dorf? Ne, wir gehen ins Dorf. Die letzte Sache, die mir einfällt, im Dorf, im Dorf, im Dorf... Ich weiß bloß nicht mehr, wie man die Möwe vertreibt. Ich weiß noch, man musste in die Küche, den Fisch in die komischen Eintopf-Suppe tauchen und das wollte der Troll haben. So herum war's. Und ich weiß aber nicht mehr, wie man den Fisch bekommt. Der wird ja von der Möwe bewacht. Von der Möwe. Und die Möwe musste man irgendwie weglocken, vertreiben. Aber wie? Mhm. Ja. Creepy. Genau. Unheimlich trifft es. Ah, aber die Frage ist... Wie ging das weiter? Ah, okay. Die Voodoo-Lady wurde noch später wichtig. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. Mhm. Habe ich was im Gebäude der Gouverneuren übersehen? Könnte sein. Könnte sein. Man kann ja dann nochmal nach oben gehen. Vielleicht. Vielleicht irgendwo was da drin. Na, gucken wir uns das nochmal an hier. Zack, 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 zack. Da ist ein klaffendes Loch, eine Tür. Nein. Äh, die geht nicht mehr auf. Hm, das Loch erscheint, dass sie lockt werden. Ich gehe nicht zurück in. Die Bücher. Keine Zeit, um jetzt zu lesen. Keine Zeit, um jetzt zu lesen. Okay. Nein. Hier ist leider nichts mehr. Schlafende Piranha-Pudel sind's auch nicht. Ähm. Ich muss irgendwas übersehen haben. Zelle-Gefangener. Zelle-Gefangener. Dann gehe ich mal zurück. Als es deprimierende ist. Irgendwann wusste ich mal, wie es ging. Oh, ein Zirkus. Ich liebe einen Zirkus. Kann man hier vielleicht... Nö. Ein Schild. Ein Schild. Ein Schild. Kann man es nehmen? Ich kann es nicht nehmen. Ich weiß ja nicht, wofür. Hm, hm, hm. Nö. Okay. Straße, Straße, Straße. Okay, also hier geht es auch nicht weiter. Ne, Kirche war nichts. Da weiß ich auch, die ist erst später wichtig. Den Tresor gibt es. Ich glaube, der war auch später noch wichtig. Und der gemischt war ein Typ. Was willst du? Ich denke, ich würde einfach, die Browsen. Okay, aber nicht deine Lippe auf nichts. Wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nirgendwo was abknutschen. Okay. Die brachten mir nichts mehr. Genau. Der hatte, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. Bei der Voodoo-Lady waren wir schon. Genau. Okay, das bringt nichts. Kann man das... Wie ist denn hier die Steuerung, die Direkttaste für Benutzen? Benutzen, Benutzen ist U. Ähm, das ist goldmäßig ja doof. Nö. Benutzen geht nicht. Ähm. Das funktioniert nicht. Okay. Okay. Der hatte vorhin schon nichts mehr zu sagen. Aber wir reden mal mit ihm. Ja. Ich rede mit ihm später. Gut. Naja, dann haben wir eigentlich nur... ...die Ecke. Den Zirkus. ...und im Zirkus selbst. Da hatten wir, glaube ich, alles erledigt. Ja. Da geht's nicht weiter. Schade. Ich muss aber trotzdem irgendwo eine Kleinigkeit übersehen haben. Dann gehen wir nochmal zur Schwertmeisterin. Fahrt untersuchen. Nö. Da gibt es schon mal nichts. Da steht sie. Vielleicht erzählt die mir ja noch was Interessantes. Genau. Wie sollst du den Schwertmeisterin mit... Oh, es ist dich wieder. Genau. Hm, hm, hm. Können wir reden? Ich bitte, ich muss mit dir sprechen. Ich schaue das. Jeder, der hier kommt, ist bereit, um zu kämpfen. Ja. Ich eigentlich auch. Du bist hier, um sich zu zeigen an den Piraten-Leadern, in hopes of one day being as immoral as they are. Ja. Nailed it right on the head. Gee, you're smart. Was war dein final grade in Captain Smirk's swordfighting class? Uh, grade? Klass? Yep. Du meinst, du kamst hier hier um den Schwertmeisterin Melee Island, possibly der größte Schwertmeisterin in der ganzen Karribein, ohne eine einzigartige Übung in der Art von Fencing? Ja. Wie erwartet du dich zu defendern? Gee, ich weiß nicht. Ich verstehe. Obviamente nicht mit deinem Räzor-Sharp-Wit. Würde ich ja. Aber ich komme irgendwie zu, dass du das dann nicht durchkommst. Und das liegt daran, dass er hinter der Brücke steht. Gut, also hier ist auch nichts. Da ist ein Ufer. Was bringt mir das Ufer? Ah, verstehe. Und bei der Insel? Ach, da lande ich also auch da. Okay. Äh. Das muss man auch wieder benutzen. Ist ja... Ich glaub's ja nicht. Okay. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir da nochmal reingehen. Beim letzten Mal hat er uns rausgeworfen. Das ist jetzt ungünstig. Da der der letzte war dem... ...wo ich mich hätte umsehen können. Ähm, was passiert, wenn man die andere Option nimmt? Ich hab' dir gesagt, ich hab' keine Zeit, um dir noch mehr Tattoo-Trücke zeigen. Ja. Können Sie mir das neartige Tattoo-Tattoo-Thing wieder zeigen? Na ja. Okay. Aber nur noch mal. Haha. Was ist das? Sag' Hallo, Roger. Hallo, Roger. Okay, das bringt nichts. Da kann man leider nicht steuern. Da ist sie wieder raus. Und... Ja. Okay. Hab' ein schönes Zeit auf Melee-Island. Eine gute Frage, was man jetzt macht. Hm. 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 Benutzen. Rüber. Rüber. Ja, wenn jemand ne Idee hat, ich bin für jeden Vorschlag offen. Ja, bisher lief's ja relativ flüssig. Jetzt hängt man plötzlich. Also, wir kommen an diese Teile nicht ran. Ahm. Ja, ich bin für jeden. Ja, ich bin für jeden. Das scheint nicht zu funktionieren. Das war irgendwie ganz simpel einfach. Ich weiß, ich bin hier schon hundertmal hängen geblieben. Ich glaube, es ist ein Hering. Ich schließe die Rede mit. Nein. Ich kann es nicht bewegen. Ich glaube, dieser Hering wird meine Hand auspüren. Okay. Ah. Fleisch im Eintopf. Nimm. Au. Ich habe es. Aber er hat es. Benutze. Das scheint nicht zu funktionieren. Da musste man ihm das gekochte Fleisch geben. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Eigentlich weiß ich es gar nicht mehr. Ich weiß, man musste dem irgendwas ganz Blödes geben. Und das hat er dann gegessen. Ich dachte immer, das wäre der Hering gewesen. Niemals verletzt. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ziemlich nütlich. Aber das ist nicht das, was ich will. Ich meine, in der Gabelung selbst? Hier gab es doch, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich habe bereits einen bekommen. War hier noch irgendwas? Was ist denn, Fahrt? Oh. Es sieht aus wie ein normaler Stumpf, mit den gleichen röden Blumen, die allgemein in der Bäume sind. Das scheint nicht zu funktionieren. Ähm... Nein. Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, ich habe mich jetzt noch gerade verlaufen. Äh... Oder auch nicht. Mal gucken. Ja. 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 Na, komm, 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 komm. Kann man den irgendwie... Nein. Hm, untersuche. Schließe nicht, rede, ziehe nicht, gib Fisch an. Nö. Nimm, geht nicht, benutze auch nicht. Untersuche Schieber. Ziehe. Untersuche Fass. Ähm... Nö. Aber irgendwas war mit diesen... Ähm... Schinken. Konnte man den vielleicht jetzt, wo er gekocht ist? Ist... That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Ähm... Ähm... Okay, das bringt nix. Hey! You can't come back here! Okay, also ich gebe zu, momentan habe ich echt keine Ideen mehr. Was man hier machen könnte. Ähm... Gib die Vase vielleicht nochmal in die Lauf. Das geht nicht. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Hä? Naja. Das funktioniert also schon mal nicht. Nicht so, wie ich dachte. Hier ist auch nix. Die Hilfe sagt mir sowas für den Trollfin. Das ist mir soweit klar. Ich glaube, es war der salzige Fisch. Es ist lockt. Es ist lockt. Ich habe gesagt, ich habe nichts mehr zu sagen. Dem fällt schon mal nix mehr ein. Wie vertreibt man eine Möwe? Das ist eine gute Frage. Konnte man... Das kann kurz hin? Nein. Das bringt mich nicht weiter. Das ist fast so, als ob mir hier wirklich irgendwo ein Gegenstand fehlt. Der sieht ja aus. Aber woher nehme ich den letzten Gegenstand, um einem Möwe zu vertreiben? Der hat sich in den letzten Gegenstand, um einem Möwe zu vertreiben, um einem Möwe zu vertreiben, um einem Möwe zu vertreiben. Der hat doch einen Tresor. Kann man... Kann der die Einspr... Äh... Schade. Ich hatte gehofft, dass er den Tresor aufmacht. Ich hatte gehofft, man kann ihm Geld geben mit den Worten... Bunker sein. Und gut ist... Das tut er aber nicht. Ja, was machen wir denn nun? Was könnten wir machen? Was könnten wir machen? Ich brauche irgendwas für einen Troll. Die Frage ist bloß, was? Langsam gehen mir echte Ideen aus. Keiner redet mit mir. Die haben alle nichts mehr zu sagen. Ich habe auch keine weiteren Gegenstände gefunden. Zu dem Haus kann ich nicht gehen, da mir da der Troll auf der Brücke im Wege steht. Wie man sieht. Da-dum-da-dum-da-dum-da-dum. Niemand soll passen. Du musst einen Troll. Wollt ihr mich nicht jetzt beobachten? Ich bin nicht hungrig. Ich werde nicht passen, bis du einen Troll betrachtest. Oh, bitte, kann ich nicht passen? Oh, Mann, du klingt wie ein Wimpf. Ich mag nicht Wimpf. Du kannst nicht passen, bis du den Troll betrachtest. Wie viel hast du gesagt, dass der Troll war? Ich will etwas, das erinnert. Aber es hat keine wirkliche Importanz. Etwas, was... Niemand soll passen. Niemand soll passen. Niemand soll passen. Das ist ziemlich hilfreich, aber das ist nicht, was ich will. Schade. Niemand soll passen. Das ist ziemlich hilfreich, aber das ist nicht, was ich will. Ich werde dich wütend erwarten. Wie geht es um etwas zu essen? Niemand wird passen. Das ist ziemlich nützlich, aber das ist nicht, was ich will. Niemand wird passen. Niemand wird passen. Wo finde ich eine Ablenkung für die Möwe? Das war ganz bescheuert. Das weiß ich noch von früher. Da musste man irgendwas ganz, 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 ganz Blödes machen. Die Frage ist bloß, was? Das war ganz, ganz, ganz blödes. Das scheint mir nicht zu funktionieren. Ja... Oh, da war ich zu dicht dran. Da war ich zu dicht dran. Also müssen wir noch mal auf ihn warten. In der Zwischenzeit kann ich ja mal speichern. Erledigt. Und wir warten immer noch auf den Koch. Auch wenn ich ehrlich gesagt immer noch keine echte Ahnung habe, was ich jetzt mache. Dann öfter. Dann sind wir schon mal drin. Die Tür können wir schließen. Was? Okay. Vielleicht können wir ja... Das scheint mir nicht zu funktionieren. Hm. Schiebe, schließe, rede, ziehe, gib... ...gib Fleisch. Das Gemeine ist, die Möwe wird auch nicht angezeigt. Ich denke, der Birt wird meine Hand auspüren. Benutze. Das klappt nicht. Ich hätte mich auch gewundert, wenn das klappt. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Was hatten wir schon? Ja. Okay, das funktioniert nicht. Rede mit Fisch. Geht auch nicht. Gab es nicht irgendwo noch eine Angel oder irgend sowas? Das wäre dann beim Gemischtwaren hin. Ich möchte... ...gib... ...an den Hund. Das geht schon mal nicht. Nein. Konnte man dem nicht später in den Keks geben? Weiß ich nicht mehr. Ja, Quatsch. Nicht benutze. Äh... ...wann sie auch falsch. Gib... ...Protokoll an. Kein. Okay. Okay. Ich habe meine Augen auf dich, Junge. Steal irgendwas und ich breche deine Leger. Davy Jones Lockers. Das letzte Wort in Theft, Fire und Grog-resistanten Storch-Devices. Hast du hier einfach rausgekommen, oder hast du eigentlich etwas gebraucht? Was willst du? Ich denke, ich würde einfach nachdenken. Alles klar. Die tödlichen Piranha-Pudel. Die schlafen ganz friedlich und fest. Kann man die vielleicht nehmen? Nein, kann man nicht. Das ist der Pfad. Da geht es nicht weiter. Im Haus waren wir schon. Ja. Ich ziehe. Ich will nicht nichts, aber meine Freiheit. Ich will nicht nichts, aber meine Freiheit. Okay, das bringt nichts. Hätte mich auch gewundert. Durchgang, Durchgang, Durchgang. Das ist die Gouverneurin da. Als Poster. Als Poster. Bloß, wie kriegen wir es hin? Dass... Wir den Fisch bekommen. Hier ist nichts mehr beim Zirkus. Denn, da waren wir schon. Denn, da waren wir schon. Der Schwertmeister selbst will erst mal, dass ich trainiere. Die Insel hatte auch nichts. Dann bleibt ja nur noch hier dieser Ort. Ja. Aber wie? Eine unbezahlbare Ming-Vase. Eine Ming-Vase. Eine Ming-Vase. Die Hunde erschrecken, um an den Knochen zu kommen, haben wir auch nicht. Können wir irgendwie nicht. Wir haben ja einen Mahn-Mentos im Feuer-Rums. Ganz abstrakt gedacht. Nein. Das ist sehr gut. Nein. Das ist sehr gut. Schiebe. Ich habe einen Tisch, aber was bringt mir der? Ja. A priceless Ming. A priceless Ming. Uh... That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. No staples to be removed. That doesn't seem to work. There surely must be a use for a rubber chicken with a pulley in the middle, but this is not it. That doesn't seem to work. No. Oh, it doesn't fit. Figures. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Tja... Aber was könnten wir hier noch machen? That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. I don't want to put that in. Oh. That's refreshing. Oh. That's refreshing. That doesn't seem to work. Die Tür kann man leider auch nicht mehr schließen. Schiebe. I can't move it. I can't move it. I can't move it. Oh. Was war denn das? Was war denn das? Autsch. So ging das. Ah, das hat jetzt gedauert. Okay. Ähm. Oh. Got it. Gut. Jetzt haben wir aber auch den salzigen Hering. Jetzt können wir den endlich weitergeben. Ah. Die Planke. Gehen Sie auf die Planke. Autsch. Na, das war ja was. Okay. Jetzt geht's endlich weiter. Mehrere Stunden daran rätseln, wie es weitergeht. Na. Puh. Ich glaube, das ist aber auch die einzige Stelle, die so in der Art ist. Auf zur Brücke. Ja. Damit wir endlich das Fechten lernen können. Und dann werde ich wahrscheinlich komplett versagen bei diesem wunderbaren Spiel bezüglich. Ähm. Ja. Das Fechtspiel. Die Beleidigungen austauschen. None shall pass. Ah. A red herring. Genau. So. Geh weiter. Geh doch. Na bitte. Geh doch. Dann gehen wir mal zu den Lichtern. Stan. Ja. 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 Er ist nicht da. Dann später. Dann. 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 Was? Es gibt nen Grog-Automat. Grog. Diet Grog. Ja, süß, aber klein. Okay. Okay, also ich glaube, hier können wir noch nichts machen. Später brauchen wir ja ein Schiff, deswegen gibt es dann hier auch den Gebrauchtmarkt für Schiffe. Auf zum Haus, zum Fecht-Trainer. Dann gehen wir doch mal rein. Gute Idee. Netter Pirat. Ähm, ähm. Ja. Ja. Was hast du gesagt? Ich sagte, es ist ein bisschen schilder hier. Hm. Du bist richtig. Ich könnte dich kalt. Hm. Hm. Nein. Was willst du? Ähm. Würden sie mich trainieren? Genau. Na, der sieht ja aus... Ja. Ja. Du kannst niemals die Kälte sein, die Karla ist. Auch mit Stunden zu hartem Arbeit und Schmerz und Blut. Ich erinnere mich, sich mit Karla zu Kälte zu Kälte zu Kälte zu Kälte zu Kälte. Die lokale Kälte hatte sich in der Kälte. Es sah wie, dass wir uns fertig waren, aber dann sagte sie... Oh. Ich bin... Sie sollten wirklich das Rauchen aufgeben. Du weißt, du solltest wirklich aufhören. Was ich wirklich tun soll, ist, dass du diesen Stogie essen kannst. Was willst du? Ich habe wirklich, was es braucht. Die Leks? Du nicht. Ich mache so. Du nicht. Ich mache so. Ich mache so. Ich liebe dein Geist. Ich mache was ich kann. Natürlich. Es wird dich kosten lassen. Was hast du? Ich habe 30 Pläte von 8. Nein, 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 nein. Ähm, hier, bitte. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Danke. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself, but seeing as this lechuk thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. Okay. It's only because I feel that special student mentor pieces of eight bonding. Goldstückbindung. Yeah. I'm gonna put you up against the machine. The machine? Is this gonna hurt? Yikes. Come at me. Sieht cool aus. Don't be afraid, you won't hurt me. Watch your footwork. Distance, distance. No. Beat first, then lunge. Distance, distance. Watch your footwork. Use your forte against the foible. Hours later. You're starting to get the hang of it. Okay. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Okay. Sword fighting is kinda like making love. It's not always what you do, but what you say. Mhm. So wie ich. Beleidigung. You see kid, your wits gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay. Imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing it at Port Royal. There's a sudden break in the fighting and I say to you. You fight like a dairy farmer. You respond with? Wie passend. Du kennst wie eine Kuh. You must be thinking of someone else. I am not a farmer. You can see, we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Would have been something like. You can see. You can see. How appropriate. You fight like a cow. No, no, no. That was the response from the last insult. Yeah. Doesn't even make sense when used here. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you feel something similar. I'm sure you feel something similar. Da. Ein blutrünstiger. Ein blutrünstiger Pirat. Hey. Blöp hier. Geh doch. Ähm… Du bist der Stolz. Immer. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Das kennen wir. Dann solltest du nicht damit rummachen, wie mit deinem Staubwegel. Jupp. Jetzt bin ich dran. Bist du hässlich. Das kenne ich noch nicht. Ich bin Rubber, du hast Glüh. Okay. So, das müssen wir jetzt ein paar Mal wiederholen, bis wir genug Sprüche kennen. Ist das immer. Habt ihr gesehen, wie alle diese Räume starten, die gleiche ansehen? Ja. Ja. Jetzt, dass du es erwähnt hast, machen sie es. Es ist wahrscheinlich nur, dass wir mit den Räumen haben. Hm, möglich. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit, um zu sterben. Ich habe diesen Schmerz auf meinem Gesicht, während einer wunderschönen Struggle. Mhm. Oh, ja? Okay, da kannte er die Antwort nicht. Äh... Boy, are you ugly. What's the matter? Just get out of sword fighting class. I've heard you were a contemptible snake. Dummkopf. I'm shaking. I'm shaking. Auch das kennen wir nicht. Keine Ahnung. Oh, ja? Onkel, Onkel? Ein Duell. Wie immer ein Duell. Denn so ein Duell ist was ganz Feines. So, ähm... Dockopf. Ich bin besser als du... Ne, das ist nicht die Antwort. Das ist die Standardantwort. Äh, Bettler. Du hast die Wunderschöne wie ein Begeber. Ich wollte, dass du mich mit mir gefühlt fühlst. Cooler Dialekt. Ich habe mal einen Hund, der kleiner als du war. Das kennen wir. Der muss dir das Fechten beigebracht haben. Er muss dir alles, was du weißt. Genau. Ähm... Oh, ich hab' gewonnen. Oh, ich hab' gewonnen. Juhu. Warten wir. Hm, noch ein Duell. Immer Duelle. Die Duell ist gut. Ich hab' gehört, du warst ein contemptible Sneak. Too bad, dass niemand von dir gehört hat, überhaupt nicht. Ah, das ist die Antwort, okay. Das ist leicht. Erstens, du hättest besser aufwarten, wie ein Featherduster. Jupp. Hm, 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 hm. Ich hab' diesen Schmerz auf meinem Gesicht während einer wunderschönen Wunderschöne. Ich bin Fettbewerb. Du bist Bleu. Das war auch die Fettbewerb. Das war auch die Fettbewerb. Das war auch die Fettbewerb. Die kenne ich noch nicht. Und weiter geht's mit dem Training. Was wissen wir? Und los. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bekommst du, zu sterben. Ähm... Wo war das Ding mit dem... Keine Worte beschreiben. Deine Hässlichkeit. Es gibt keine Worte, für wie schrecklich du bist. Ja, es gibt. Du hast sie einfach nie gelernt. Coole Antwort. Das ist eine coole Antwort. Mein Handkerchief wird dein Blut aufwarten. Die kenne ich auch nicht. Falsche Antwort, aber ist egal. Die kenne man. Ähm... Ich habe diesen Schmerz auf meinem Gesicht während einer sehr starken Struggle. Ich hoffe, dass du jetzt gelernt hast, dass du deinen Nose aufhören zu stoppen. Ah, geil. Und weiter geht's. Noch ein Ding. Okay. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bekommst du, zu sterben. So. Mein Handkerchief wird dein Blut aufwarten. So, du hast den Job als Janitor, nachdem alles. Geil. Jetzt haben sie aber alles so. Jetzt haben sie aber alles so. Jetzt ist es ein Putzer. Äh, die kenne ich auch noch nicht. Wie verhältst du? Wie verhältst du? Du bist wie eine Katzen! Ich habe ihn mit Ihnen zu verletzt, als du. zwischen johannes oh ja 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 my name is guy brush three put prepared to die Immer. Immer, immer wieder. So. Das ist die Putzfrau. Menschen fallen mir zu Füßen. Ich glaube, das ist die falsche Antwort. Ja. Der hat mir das Kämpfen wie Bauern abstammen aus einem harten Kampf. Ah ja. Das war das mit der Nase. Er musste das Kämpfen beigebracht haben. Yep. Ähm. Es gibt keine Worte, wie schrecklich du bist. Ich bin Robber. Du bist Glüh. Ich verabschiede. Du wirst. Danke. Wir machen mal ein kurzzeitiges Speichern. Und weiter geht's. Das war's. Denn du bist des Todes. Mein Name ist Diverus Threepwood. Bekommst du, zu sterben. Ähm. Ja, das war's mit der Nase. Das kenne ich noch nicht. Und das kenne ich leider auch nicht. Und weiter geht's. Oh, ja? Schau dir hinter dir. Ein dreieherter Mönch. Genau. Und weiter geht's. Nein, das sollte wichtig sein. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit, um zu sterben. Ähm. Die Affen. Ich habe mit Apen mehr poliert, als du. Oh, ja. Schade. Ähm. Wo ist das mit denen die Menschen fallen mir? Die Menschen fallen an meinen Faden, wenn sie mich kommen sehen. Genau. Gut, der hat mir jetzt gar nicht geantwortet. Schade. Na, mir fehlen noch zwei. Ich befürchte, das reicht immer noch nicht aus. Ja, das Knack war übrigens gerade der Stuhl. Der macht das manchmal. Na, wie immer. Ein Duell. Genau. So, Menschen fallen mir zu Füßen. Ja, das hat's auch gebracht. Ähm. Ähm. Ah, das Familientreffen. Okay. Ich habe gehört, du warst ein contemptible Sneak. Ähm, ähm. Too bad, no one's ever heard of you at all. Perfekt. Ähm. Ich habe diesen Schmerz auf meinem Gesicht während einer leitenden Struggle. Ich bin schlägt, ich bin schlägt. Okay. Wir können's probieren. Es fehlt eigentlich eine Antwort, aber eventuell reicht das hier schon aus. Wir probieren's mal. Da ist sie. Wir reden mehr mit ihr. Cooler Gesicht, das Röck. Ähm. Du bist des Todes. Genau. Und diesmal machen wir es so platt. Genau. Die sind gut. Ja, und das ist genau die Antwort, die ich nicht kenne. Oh, ja? Sie fragt nämlich andere Sachen. Mein letzter Kampf endete mit meinen Händen mit Blut. War überzogen. mit Blut. Das ist das Ding mit der Nase. Hm, hm, hm. Wo ist es? Da. Ich hoffe, jetzt hast du gelernt, zu stoppen, zu Ihren Nase. Genau. Niemand wird's sehen. Niemand wird's sehen. Ja, schade, das war falsch. Ja, schade, Ich hab nur einmal einen Feigling wie dich getroffen. Ah, das können wir beantworten. Genau. Man macht nicht rum, wie die mit dem Stopp geht. Keine Finden mehr, die dir helfen könnten. Oh, gut. Gut. Aha, mit in jeder Ecke. Der Gosse. Ach, verdammt. Nur ich habe das Geschick eines echten Meisters. Das ist falsch. Schade. Okay. Nochmal. Ah, schade, man kann sie nicht gleich nochmal ausfordern. Okay. Also gehen wir einmal, kommen zurück, machen das Ganze dann nochmal. Das ist halt noch die Logik von früher. Oh. Vielleicht lernen wir hierher noch was. Mein Name ist Guybrush Threepwood. kann ja nicht schaden, wenn wir das hier auch nochmal ganz kurz machen. Ähm, mhm. Mist. Mist. spoken with eights more polite than you yeah I'm glad to hear you attended your family reunion okay oh yeah me handkerchief will walk up your blood and so you got that job as a janitor after all going on my tongue is sharper than any sword that's not fair you're using the sword masters insults I see wow you're good enough to fight the sword master I'm back and warrior you're in trouble this time let's get this over with now if your brother is like you better to marry a pig how appropriate you fight like a cow miss I will milk every drop of blood from your body not good first you'd better stop waving it like a feather duster no one will ever catch me fighting as badly as you do too bad no one's ever heard of you at all das wäre die antwort gewesen du kannst so schnell wegrennen only once have I met such a coward he must have taught you everything you know genau now I know what filth and stupidity really are I wanted to make sure you feel comfortable with me my last fight ended with my hands covered with blood das kennen wir schon I hope now you've learned to stop picking your nose ja auch das kann ich nicht kennen oh yeah das ist gemein das waren genau die fünf Fragen die er nicht kennt ja ok ja da bei der letzten Sache wäre die antwort ja eine ganz andere gewesen ich krieg sie jetzt auch nicht mehr hundertprozentig zusammen na ein Duell mein Name ist Guybrush Threepwood bereit zu sterben immer und zwar people fall at my feet when they see me coming genau das brauchen wir das kennen wir auch noch nicht das kennen wir ich hoffe jetzt du hast gelernt zu stopp picking your nose ähm hmhm schade mein Name ist feiert in every dirty corner of this island dritter versuch mehr als das wir scheitern kann ja nicht passieren na mal schauen mal schauen das kriegen wir schon mal hin er musste das Fechten beigebracht haben das ist es nicht wo war es da mhm das ist das erste gewesen das ist gut das wissen wir auch dann mach nicht damit rum wie mit einem Staubwegel genau das passt was du sagst dumm wow das war sogar richtig ja auch wenn sie deinen Atem riechen ne ok mein Name ist feiert in every dirty corner of this island das wissen wir leider nicht oder doch ja juhu haha wir haben sie geil machen wir ein T-Shirt ein T-Shirt damit haben wir alle drei Prüfungen können zurück zu den Piraten und dann zu Eleng cool cool Was war das? Ich bin so verurteilt. Hey, was machst du, nur um dich zu stehen? Der Herr hat gebraucht. Nein. Was? Von wem? LeChucks hat sie auf dem Schiff, das hat einfach ausgelöst. Ich bin Angst, dass wir das letzte von ihr gesehen haben. Äh, ja. Und wo sind sie hin? Ich bin Angst, dass kein Pirate auf dieser Ebene genug ist, um ihn da zu folgen. Aber hey, gute Glückwunsch. Oh ja, ich habe fast vergessen. Sie haben diese Noten gelegt. Du kannst es haben, aber ich glaube, dass du nicht magst, was es sagt. Okay. Dann lesen wir mal die Nachricht. Attention, Piraten der Melee. Ihr Gouverneur ist alive und gut und bei meiner Seite, wie sie immer geplant war. Wenn du uns versuchen, zu finden, dann möchtest du nur mit einem verrückenden Disaster. Dein wirklich, Captain LeChuck. Höflich. Ein ganz höflicher Geisterpirat. Okay. Und was machen wir? Alles leer. Okay, okay. Und irgendjemand weint hier ganz, 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 ganz kräftig. Ein bisschen laut. Der Koch. Der Koch. Der Koch. Der Koch. Der Koch. Der Koch. Das wissen wir schon. Dann geht's. No. Oh. Quiff. Yeah. Ja, gute Frage. Ach ja, da war ja was. Ja, das war geil. Kommst du mit? Äh, alas, ich kann nicht gehen, um einen alten Krieg zu sehen. Ich bin sicher, dass du verstehst. Bauen wir. Mist. Ach, jetzt darf ich in die Küche. Okay. Bauen wir nicht. Tschüss. Jetzt kann man weiter. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Okay. Ähm, Stance gebraucht Schiffe. Sind bei den Lichtern auf der Insel. Und die erreichen wir über diesen Pfad. Aber vorher fragen wir ihn, was er gemacht hat. Das wollen wir nicht hoffen. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Was schnell ist. Was weiß ich? Schau mal an all diese Schiffe. Ich habe etwas für alle. Komm, schau mal an. Also sag mir, was interessiert sind heute? Ähm, etwas nicht zu teures, aber sehr stabiles. Einfach etwas nicht zu teures, aber zu zweit. Glaubwürdige Qualität. Hey, das ist mein Motto. Ich habe nur das Boot für dich. Geh hier. Geh hier. Jetzt kann ich sehen, dass du nicht zufrieden bist. Aber ich kann auch sagen, dass Qualität sehr wichtig ist. Ich meine, ich meine, du schaust dich. 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 Äh, nein. Äh, nein. Ich habe diese 174 Goldstücke. Oh, nicht mehr als 174 Stücke. Ich bin glücklich, dass dieses Schiff nicht Ehrer hat, mein Freund. Weil wenn sie so gemacht hat, würde sie dir schlafen. Ich glaube, dass du genug Geld für diese Transaktion hast. Ähm, Kredit? Ähm, Kredit? Eigentlich, ich wollte einen auf Kredit bekommen. Entschuldigung, Junge. Nicht nur ein Börger, nicht nur ein Lender. Das ist nur alte Stans Philosophie. Wenn du einen Job hast, kann der Storkeeper in der Stadt dir ein bisschen Kredit geben. Dann haben wir etwas zu sprechen. Obwohl, natürlich, du hast schon andere Mittel für die Finanzierung. Alles, was ich habe, ist dieses Kugel. Ist es einer dieser Kugel mit einem Kugel im Mittelpunkt? Ja. Ich habe schon einen von diesen. Oh. Du wirst keine andere Mittel für die Finanzierung haben, würde du? Auf der zweiten Idee, das könnte nicht das Kugel für mich sein. Natürlich ist es nicht. Du schaust für ein viel größeres Kugel. Ich kann nicht sagen. Also, was anderes kann ich dir zeigen? Ähm, das Beste, was sie haben. Das Beste, was du hast. Hey, es ist toll, dass einen Mann einen Kugel für die Qualität empfiehlt. Ich habe nur das Boot für dich. Du schaust diesen Weg. Immer. Der sieht ja gut aus. Ich sage dir, das ist ein Jetzt stimmt das ... llen好了 für ein Reyes. Ich metersbell sur dem Geistogen. Dassdem die 15 irene auf shirtgedrunkte. Eine сторону, in ihrem全部. Die width für alle. Die Spohrkore. Sie handeln, dass der timber von Kugel gab's reinstecken. Was bedeuteten Verkontzer als Kugel bes ещё. Sieえ九 enfги über den Ozean. Die arglaode. Alles für ein wenigen Preis. Zul, um Gottes pai einnog. Lass uns über Geld sprechen. Deinem Geld. Ich denke, wir müssen hier über komplett verschiedene Schiffe sprechen. Du hast sicherlich schon ein paar Zeit aus dem Schiffmarkt geleistet. Ich glaube nicht, dass du das Geld für diese Transaktion hast. Okay. Okay. Was haben wir denn noch? Ich kann da ja nicht so viel anlegen. Habe keine Angst. Jedes Schiff, das ich zähle, ist ein Bargain. Aber wenn du einen echten Stahl schaust, habe ich nur das Boot für dich. Geh da hin. Ich glaube, das da hinten wird so. Genau. Genau. Das brauchen wir. Etwas. Okay. Ja. 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 174 Goldstücke. Aber auch das wird nicht gehen. Schade. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass du das Geld für diese Transaktion hast. Du hast ein paar andere Beispiele für Geld. Nicht wirklich. Okay. Auf der zweiten Gedanken. Das könnte nicht das Geld für mich sein. Ja. Ich kann das verstehen. Es ist nichts falsch, dass es unbeziehbar ist. Auch wenn es ein Verbrauch von meinem Zeitraum ist. Also, was kann ich dir noch zeigen? Ähm. Ähm. War das nicht ein Ruderboot? Schade. Na gut, dann kommen wir später wieder. Eigentlich. Ich würde gerne darüber nachdenken. Ja. 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 Tschüss. Gut. Ähm. Der hat Bedarf. Wie hat der? Ein Kompass? Ein extra starkes, magnetisches Kompass. Mit deinem Bild auf dem. Das ist richtig. Schön. Es kommt immer direkt hier zurück. Also, wenn du einen guten Geld hast, dann wirst du wissen, wo du gehst. Ja. Ich werde gleich hier sein, wenn du zurückkommst. Aber ich kann nicht garantieren, dass irgendein von diesen Schiffen... Genau. Sie gehen heute schnell. Ja, Herr. Ich kann gar nicht alles in Stochen halten. Er wird zurück. Ja, aber natürlich. Schließlich brauchen wir ja ein Schiff. Ähm. Der gebraucht Warenhändler, gemischt Warenhändler, soll ja für uns bürgen können. Also fragen wir ihn mal, was er dafür braucht. Und vermutlich ist das wieder schwerer als gedacht. Ist ja immer so. Und es ist immer noch 10. Jep. War klar. Ist halt Monkey Island. Okay, dann mal da rein. Und reden wir mit ihm. Einen Kredit. Ähm. Natürlich habe ich einen Job. Gut. Oh, das sollte ich mir vielleicht merken. Das ging mir etwas schnell, aber das macht nichts. Und jetzt. Let's see here. Dazu brauchen wir ein Stück Papier. Und einen Stift. Und dann schreiben wir uns das gleich auf. Weil es geht nach links. Links. Drum. Nach rechts. Ähm. So. Dann. Wieder zurück. Bis das Ding so gezeigt war. Und dann habe ich es leider wieder vergessen. Machen wir aber gleich nochmal. Ähm. Ähm. Ich bin ein Acrobat mit dem Travelling Circus. Genau. Einem Zirkus. Mhm. Mhm. Hm. Komm zurück, wenn du einen Job in einem kreditlichen Geschäft hast. Okay. Hoffentlich öffnet er das Ding nochmal. Schon gespannt. Links. Oh. Runter. Also nach oben. Und dann rechts nach unten. Okay. Ich hoffe, ich hab's. Schicken wir ihn mal auf Suche. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ja. Ich hab's. Genau. Hm. Ich glaube, ich könnte da hinweg. Mal wieder. Bis demnächst. Wir sehen uns wieder. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. drücke. Wir sehen. Oh. Ist sogar richtig. richtig. So. Jetzt müsste ich, äh. Schiebe. hier. Dann wieder. Hier. Äh. Nee. Dann wieder. Das war falsch. Ich. Ziehe. Drücke. Ziehe. Drücke. Und drücke. geht doch und den nehmen wir auch mit 5000 goldstücke geil gut dann öffnen wir die tür gehen zurückzustellen und holen uns unser chef wir machen aber einmal einen kurzen speichern in der zwischenzeit aktualisiere ich mal ganz schnell hier mein stream um zu schauen ob sich leute in den chat verirrt haben die ich nicht mitbekommen habe nein nicht mehr okay aber wir spielen mal weiter ich würde nämlich ganz gerne noch das erste kapitel hier beenden bevor ich dann eine pause mache vom stream so ein stückchen können wir ja noch weiter spielen es ist ja erst 15 uhr 13 gut wir haben irgendwo um 11 angefangen vier stunden vier und halb stunden und ihr bleibt mal kurz dran ich muss mal kurz das nachgucken gehen gut wie alle das ich 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.